Ja mega geil auf jeden Fall, das ist gar nicht mal meine Stimme her, da bin ich ganz sicher. Ich habe mir auf jeden Fall meinen Controller geholt aus dem Büro und Handyhalter für mein Bett. Und jetzt kann ich Fortnite im Bett spielen. Ach so ist es gut. Was genießt das? Oh mein Gott, auf jeden Fall. Rot, wow. Krass. Die Banane bearbeiten. Und ich habe die Banane auf den Gold. Der Knütz da ist eigentlich schlecht. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das jetzt mit der Aufnahme hier mit Mikrofonaufnahme funktioniert oder auch nicht. Aber werde ich später sehen. Aber ich nehme mich dann. Oder die. 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 Oder das die. Oder die. Oder die. Oder den Knüffern. Oder die. Oder die. Oder die. zufällig. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Ich spüre das jetzt auch mit Kontrolle. Machen wir auch mal 0 Baume. 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 Ja, zurück, Kapitänz 4 und spielen. Ich weiß nicht, ob ich Sätze verspielen oder wie. Spielen wir mal die erste Rente. Ich weiß nicht, ob ich Sätze verspielen. Ich habe noch Hunger. Das komische rote und blinkende Symbole verschieben. Das sieht draußen aus. Juni, ich schlafe. Ich schlafe. Ich schlafe. Das ist auf der Valle! Kampfsteuerung, stelle Verbindung, ja, mein Handy hat auch so ein Spielemonus extra, also ich spiele mit 60 FPS auf meinem Handy, oder mit 50, 45, ok Google, zwei Lichter an, Genau. Ok, meine nächste Rehung muss ich mal hier mit dem Grafik ändern, ich gebe jetzt die Stimme Ok Ok, jetzt los geht's Ok, dann los geht's Ja, wir wollen die Küche, die Küche sehen, die Küche ist auch Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Ich habe nun die OG Season ganz viele Sachen geholt. Und dann ist der Controller auch nicht so so nah Und dann ist der Controller auch nicht so